Hamburg European Open Tag 1 der Hamburg European Open. Endlich ist es soweit, die Türen wurden eben gerade geöffnet und heute startet die Qualifikation. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Charlotte und ihr werdet mich ab jetzt jeden Tag hier auf YouTube sehen mit einem neuen Video, so ein bisschen behind the scenes, ich nehme mich mal so ein bisschen mit, was hier so hinter den Kulissen des Turniers passiert. Ihr fragt euch jetzt gerade bestimmt, wo bin ich? Ich bin nämlich in, sage ich mal, den Geheimgängen des Stadions hier am Roten Baum und hier kommt eigentlich kein Besucher hin. Wer hier mal so langläuft, sind zum Beispiel die Spieler, die dann zur Pressekonferenz gehen, aber sonst kommt hier eigentlich keiner hin. Und wir gucken uns jetzt noch ein paar andere geheime Orte an. Wir stehen jetzt hier vor dem Player Center und da dürfen wir sogar auch nicht rein, denn das ist nur der Bereich für die Spieler. Hier können die sich vor ihren Spielen zum Beispiel nochmal entspannen, ein bisschen relaxen mit ihren Familien auch. Hier gibt es eine Dartscheibe und einen Kicker. Also wollen wir die Spieler da gar nicht länger stören. Wir zeigen euch jetzt einmal einen ganz anderen Bereich, wo zum Beispiel die Manager und auch die Familien sitzen können, wenn die Spieler auf dem Center Court spielen. Das ist nämlich dieser kleine Geheimaufgang hier. Der ist jetzt gerade noch zu, aber das ist für uns kein Problem. Und ja, während die Spieler dann auf dem Center Court spielen, können die Manager da so ein bisschen abgeschirmt sich das Spiel angucken und da gehen wir jetzt mal hin. Tadaa und hier sind wir. Die Klappe ist noch zu, aber wir haben es trotzdem geschafft, hier raufzukommen. Und von hier hat man einen super guten Blick auf den Center Court und hier können sich die Manager dann ganz in Ruhe das Spiel angucken, ohne dabei von irgendwelchen anderen gestört zu werden. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie zum Beispiel die Spieler aufs Feld kommen, dann zeigen wir euch jetzt mal einen der wichtigsten Tunnel eigentlich dieses Stadions, nämlich den Spielertunnel. Wir sind jetzt hier im Spielertunnel und hier laufen die Spieler durch, wenn sie zum Center Court gehen. Und hier wird sich auch schon warm gespielt für die ersten Spiele der Qualifikation. Und wir sind mal gespannt, was sich hier für coole Spiele ereignen werden die nächsten Tage. Hier haben wir auf jeden Fall einen super Blick auf den Center Court. Und jetzt geht es zu unserem letzten geheimen Tunnel. Und wir sind angekommen am letzten Spot unserer Tour. Hier ganz oben auf dem Center Court. Und hinter hier seht ihr nämlich den Arbeitsplatz unserer Presseleute. Hier haben sie ein bisschen Platz, um sich einzurichten und haben natürlich auch eine super Sicht auf den Center Court und können so alles richtig gut überblicken. Und ja, dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Behind-the-Scenes-Tour gefallen. Das war jetzt das erste Video unserer kleinen Reihe hier vom Roten Baum. Ab jetzt wird es jeden Tag ein Video von uns geben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Also auf jeden Fall abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder.